Hast du zu Hause ein paar Handys rumliegen, mit denen du nichts mehr anfangen kannst? In diesem Video werde ich dir verraten, wie du sowohl mit kaputten Handys als auch mit funktionierenden alten Handys Geld verdienen kannst. Und bevor wir jetzt mit diesem Video anfangen, würde ich euch doch bitten, lasst liebend gerne ein Abo auf diesem Kanal da, um keine weiteren Geldverdienentutorials mehr zu verpassen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich dabei zu haben und ich würde sagen, wir springen jetzt direkt einmal rüber auf meinen Computer und schauen uns ein paar Seiten an, wo man seine Handys anbieten kann. Die erste Seite wäre Ebay, das sollte wahrscheinlich jeder von euch kennen. Ich werde euch natürlich jede dieser Seiten unten in die Videobeschreibung einmal reinpacken. Hier könnt ihr euch ganz einfach einmal registrieren und dann euer Handy einmal einstellen. Und in den nächsten paar Wochen sollte sich dann normalerweise schon einer melden und dieses Handy kaufen. Es kommt natürlich auch immer ganz darauf an, in welchem Zustand es sich befindet, wie alt das Ganze ist, wie hoch der Preis ist und so weiter und so fort. Deswegen erwartet nicht, dass ihr normalerweise innerhalb von wenigen Tagen das Ganze schon verkauft bekommt, sondern ihr müsst hier schon ein bisschen mehr Geduld haben. Die zweite Möglichkeit wäre, das Ganze einfach auf Spock zu verkaufen. Da könnt ihr dann ganz einfach euer Mobilgerät auch einstellen. Wichtig hierbei ist aber natürlich, dass ihr auch wirklich ehrlich seid. Also falls da irgendetwas nicht mehr funktionieren sollte, dann bitte gebt das Ganze auch an, weil das werden die Leute sowieso rausfinden. Und falls sie das Ganze rausfinden sollten, dann kann es gut sein, dass es Ärger gibt. Und deswegen würde ich euch empfehlen, seid da bitte offen und ehrlich und beschreibt den Leuten auch wirklich, was funktioniert und was nicht funktioniert. Dann die nächste Möglichkeit wäre, das Ganze auf Ebay kleiner zeigen einzustellen. Dann die nächste Seite wäre Ebay kleiner zeigen. Hier könnt ihr euch auch ganz einfach einmal registrieren und dann euer Handy zum Verkauf anbieten. Das Schöne hierbei ist auch wirklich, dass ihr hier das Handy nicht nur hochladen könnt, sondern ihr könnt auch Händler suchen, die euch das Ganze abkaufen. Also es gibt hier wirklich Händler, die kaputte Handys abkaufen. Und diese Händler machen das dann höchstwahrscheinlich so, dass sie das Handy abkaufen und einfach schauen, was denn da kaputt ist. Und falls sie das reparieren können, dann werden die das natürlich tun und das dann weiterverkaufen. Aber ich kann euch sagen, trotz dessen, wenn euer Handy kaputt sein sollte, könnt ihr hier auch wirklich sehr, sehr gutes Geld verdienen. Schauen wir uns so gerade mal an, wie man diese Händler finden kann. Ich kann jetzt hier ganz einfach mal bei, was suchst du, einmal reinschreiben, defekte Handys. Eingabetaste zum Bestätigen. Gut, da kommt mir jetzt nicht unbedingt etwas raus, aber ich kann jetzt hier einfach mal Ankauf defekte Handys reinschreiben. So, Eingabetaste zum Bestätigen. Und jetzt finde ich hier ganz, ganz viele Leute, wie ihr sehen könnt, die defekte Handys ankaufen. Wie zum Beispiel hier dieser Kollege. Hier gibt es auch noch einen und die könnt ihr einfach mal alle anschreiben am besten. Und einfach mal schauen, wer euch auch wirklich das meiste Geld bietet. Wir können natürlich hier oben auch einen anderen Suchbegriff angeben, wie zum Beispiel Suche defekte Handys. Vielleicht kommen da auch andere Leute raus. Schauen wir doch gerade mal. Genau, hier gibt es auch einen, der sucht hier zum Beispiel defekte Computer, Laptops, Handys und so weiter. Gut, das Ganze aber hier gratis, wie man sehen kann. Aber ihr versteht auf jeden Fall, wie ich das Ganze meine. Hier gibt es sehr viele Leute, die auch wirklich bares Geld dafür bezahlen. Und ihr solltet euch hier natürlich nicht abziehen lassen. Also schaut auch wirklich, was euer Handy defekt so ungefähr wert ist. Das könnt ihr ganz einfach hier oben auch in der Suche einmal nachschauen. Wenn ihr zum Beispiel, sagen wir jetzt einfach mal, ein iPhone 10 habt und das Ganze defekt ist, gebe ich das einfach hier ein. Somit kann ich dann auch hier schon nach defekten iPhone 10 Ausschau halten. Und wie ihr seht, kostet das Ganze sogar defekt noch 150 Euro. Müsste man halt wirklich schauen, was da defekt ist und ob das mit euch übereinstimmt. Also am besten einfach mal auf das Angebot drauf gehen und schauen, was da auch wirklich defekt ist. Genau, sonst gibt es hier noch viele andere. Wie ihr seht, hier zum Beispiel ein defektes iPhone 10 für 100 Euro und da kann man dann so ungefähr festmachen, was man denn eigentlich noch dafür bekommen würde. Ihr könnt natürlich auch über Google Bilder das Ganze suchen. Also am besten einfach mal bei Google Bilder zum Beispiel iPhone 10 defekt eintragen. Und dann kommen euch auch ganz, ganz viele andere Seiten raus, wo ihr dann so ein bisschen die Preise vergleichen könnt. Und da könnt ihr dann festmachen, für welchen Preis ihr das Ganze defekt verkaufen möchtet. Genau, und sonst eine andere Seite wäre dann auch noch Rebuy und auf Rebuy weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau, wie das ist. Ich gehe mal davon aus, dass das Ganze folgendermaßen ist. Ihr könnt das hier nieder anbieten und wenn die sagen, hey, wir möchten das Ganze haben, dann könnt ihr das Rebuy zuschicken und die schauen sich das Ganze nochmal an. Wenn sie sich das Ganze angeschaut haben und dann feststellen, okay, da klappt alles, dann schicken sie euch wahrscheinlich das Geld zu. Also so glaube ich zumindest, dass das Ganze abläuft. Das ist auf jeden Fall nicht wie auf Ebay, dass ihr ganz einfach einen Artikel selbstständig einstellt und dann das Ganze selber verschicken müsst. Sondern ihr schickt das an Rebuy und Rebuy bringt das dann wirklich auch an den Kunden. Gut, das war es dann aber auch schon mit diesem Video. Über eine Bewertung oder einen Kommentar würde ich mich freuen. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.